This is the Solar Festival. I heard this. Solar Festival. Okay. Geil, ich habe hier noch mit Camping. Uuuuuh. Riecht was für dich, ey. Oh, Memo, schau mal. Schöne Bierpong. Geil. Ist noch einer im Zelt am Knacken hier, so ein Kunz. Aufgestanden. So schöne Wichstücher. Peng, ey. Wer kennt es nicht? Was? Geil, geiler Campingplatz. Hier, Alter, vom Kunz, der... Hier vom Kunz, Junge. Der Nachschub vom Kunz. Ich habe Kunz von hier. Tortilla-Chips und eine ganze Schachtel, ey. Kacke, Jan. Tortilla-Chips. Ey, dann eben nochmal. Jaaaa. In der Kühlbox. Mit Zaft. Ja, schön Zaft. Ach ja, extra hier so ein Schminkding hier. Zum, zum, äh... Aufbitchen. Aufbitchen. Ja, aber typisch so ein Rock-Festival halt, ne? Hier stehen die an Autos dabei, direkt bei den Zellen. Schön abmeddeln. Was gibt's denn hier? Nochmal. Nochmal. Nochmal, noch mehr Tortilla-Chips. Hab's dir gefallen. So stinkende Treter hier. Hehehe. Hehehe. Kaffee. Ich warte eigentlich drauf, ob ich das gebrauchte Socken finde. Hehehe. Hehehe. Cola. Hehehe. Das ist ein Bon. Ja geil, muss. Ist das so ein Kilo, ein Kilo Glas Gras oder was ist das? Oh, noch mehr Snacks. Ey, Proteinregel, für Masse. Heu, Donuts. Für Muskel. Ach, die, Alter, die dröhnen sich ja hier richtig zu. Cannabis-Lollipops. Hehehe. Hehehe. In so'n Lederstiefel, das. Hehehe. Was? Ah, geil, ne Werkbank. Hab ich irgendwas? Nö. Sind da Zombies in den Zelten? Hm. Da röchelt mich irgendwas an. Hm 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 hm. Oder ist das der schnarchende K? Hehehe. Oh. Was gibt's hier denn? Basie. Äh, Basie. Basie, Basie, Basie. Ach du Scheiße. Goal, Pizzakartons. ID-Check, da stehen sie. Was ist denn da passiert? Ey, geil, ein Secret. I, ID-Check? Yo, 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 yo. Was? Wo ist Secret? Ja, hier vorne. Ach so. Check in ey. Live auf dem Solar. So. Das sieht aber geil aus. Was ist denn so Propeller, die gar nicht da auf der Luft? Ne? Auf der Luft vor allem, in der Luft. Hehehe. Eben. Was denn hier passiert, ey? Wann noch alle flüchten, oder? Geil. Schon durchgequetscht. Wird schön mal durchschnitten, was da abgeht. Ich bin aufgespießt. Boah. Sind wir jetzt eigentlich im All-You-Can-Eat-Buffet? Hier Würstchen? Ne, wo? Hier so schöne Würstchen. Ah geil. Sieht so aus. Mit Currysoße. Boah. Ah, Solar Festival. Geil. Guck mal, so einzelne Bass auch. Base, Base. Ah, Solar. Fresse Funk, alte. Funk, alte. Oh geil. Da rechts steht schon sogar so irgendwie einer. Oh, da ist wieder so ein Fettsack. Ey, wenn ich den da schon hinter dem Turm herwommen sehe. Sollen wir hier links mal anfangen, oder? Ja, direkt mal hier zum Wald gehen. Wald? Ist doch hier, da sind doch so Bäumeliges. Was schreit denn jetzt da? Was sind das denn für gestörte alle? Egal, ich hab noch die Armbrust, Digga. Entferrückt. Bei dir hab ich auch. What the hell? Hör um. Das sind so eine. Der ist ja immer voll ekelhaft, der Harry da. Digga. Ja, der heilt sich. Bauer! Was schießt denn das, Schwein? Was schießt? Ja, so eine Hake fallen gelassen. Mit Stangenzähge. Oh geil, hier ist was lilanes drin. Wie kommt man dann hier rein? Oh. Du Sau, ey. Ach hier. Schlüssel erforderlich. Okay. Komm ich gar nicht dran. Wo hieß ich der Apparat? Kein Schlüssel. Toll. Picnic gemacht, ey. Und ATM. Du bist das doch eigentlich voll sein. Solar. Broken Boat. Main actor. Was ist denn hier so? Widerling, ey. Was hat denn keinen Geldbeutel? Ui. Was rennt denn hier aus? Warum renne ich denn jetzt? Oh, was machen wir so? Oh, was machen wir so? Oh. Oh. Security. Und was, ey? Was ist hier los? Kann man wenigstens hier reinkommen, oder? Ja, hier klingelt es auch. Was? Jungs, hier läuft dich drauf. Security, hallo. Hallo. Kann ich... Kann ich von hier öffnen? Kann es rein? Wenn es spinnt. Kann ich irgendwas abschießen, oder so? Dass da... Der... Aber... Sehr viel... Sehr viel Wasser hier. Wasser, ja. Wenn du dehydrierst. Mitten in der Menschenmenge bei 35 Grad. Hm. Also Strom ist hier jetzt aus... Nö. Nix gebracht. Warum ist denn da oben jetzt wieder einer gespawnt? Könnte ich denn hier irgendwas... Ähm... Das hier... Kakteen soll nutzen. Komisch. Jaaaa! Was ist das denn? Oh. Oh, oh. Ma! Ma! Hm. Oh. Oh, oh. Te- Wie da... Ga! Einer... Te- Wie oder der Häser mit dem Hut, ey... Wer ist denn dieser Harita, mit dem Hut? Ey, den huscht jetzt vom Deckel, ey. Das ist auf jeden Fall so eine schreiende, ne? Ich hasse die Alte, ey. Ich kriege das so schön mit der Armbrust. Aua! Oh oh, was ist das denn jetzt hier? Halt die Fresse! Kann man so viel schwätzen wollen? Ja, dann ist hier, ähm, äh, 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 Edward! Was will der denn? Was findet der denn? Hinter dir ist Marv. Was? Und der Miller hier wieder mit Mut. Ich hab nur kurz diese Matze in meinem Bild gesehen. Hä? Ach, das ist schon riesig. Gehst du außen rum einmal oder? Ja. Oder wolltest du da hinten drücken? Dann hast du ein Riesenrad. Geil. Lost and Found. Okay, vielleicht gibt's ja geile Waffen. Geil. Oh, ist ja offen. Geil, ein Secret. Toll, Mann. Alter, aber ich will Zeug. Was verlieren die denn hier alles? Nice. Hier ist noch eins. Boah, dieser widerliche Arzt, ey. Oh, geil. Scheiße. No Secret. Ich hab eine Sitzmöglichkeit. Jetzt bin ich da. Ich hab eine Sitzmöglichkeit. Eine Sitzmöglichkeit? Ist das Ding nicht hier? Ne, bei mir ist es gar nicht viel. Das ist gar nichts. Hä? Das ist doch scheiße. Ich sag für ein Scheiß. Das sitzt Ding noch bei dir hier? So ein Weißes? Ne, hier ist gar nichts. Außer dieser Beutel Picknick Sack hier. Hier ist ein Weißes. Ja, das, das hab ich da reingekriegt. Achso. Zum Sitzen. Oh. 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 Schick gescoped. Was ist denn mit dem, ey? Der Atze. Boah, geil. Was ist das hier? Military. Boah, was... Was ist er denn? Boah, du Sau. Du bleibst hier schön... Oh. Boah. Huch. Schon mal den Gasflaschen da am Campen. Hör da. Geil, ne Küste. Toll. Das ist Duffen-Helfings. Was ist da denn? Was ist das Ding hier? Ach du Scheiße. Was macht die denn da oben, ey? Hey. Guck dir am besten nicht die Karte an. Warum? das ist eigentlich ein bisschen unsinnig dass wir außen rumlaufen acht acht du scheiße war du so ich bin gerade am gaffen ja das macht ist dann total ja wie kommt die kommt ja aus diesem kohleautomat die schnäpfe immer schön besoffen da drin geknackt ja das macht dann gar keinen sinn das mörtchen das shop wie kommt aus der wiese raus hier ist bestimmt auch wieder so eine die hauptbase also haupt bühne oder ach du scheiße schreiende also kohleautomaten wieder was ist denn mit ihm ein secret geil ich sehe es gerade nur im augenwinkel habe ich dieses secret aufgesammelt habe wie du diesen hut harry da wegflangst das sah so scheiße aus boah sah das scheiße aus krass ja diese toilette alter du widerliche sau da war irgendwie benzin oder so was ist das denn was hörschauenmesser aus der toilette raus der kommt also er wohl kommen dann so gehen wir hier rein diese wasserspenderatzen wasserspenderatzen schreiende ich hörschauenmesser ich hörst du dir ah der ist ein verkohlter alte wer ist er denn komm hier rein ja ja DJ MoGambe hinteraus die Wurst die 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 oder was geil ja klar wirken los meistens die nicht wegen der musik das ist wichtig kann man darüber hüpfen ja sonst kann man gar nicht in dieser widerliche arzt alter dass er der habe ich also ein schreiender arzt ist das denn jetzt ist jetzt schreckend wer ist er denn jetzt das war schlecht das sprang aus dem container draus geschliffen kann er schön ziehen ist hier so eine mini stage stage geil doch mal aus ranzige paprika ranzig so ranzig gangrene wo kommst du denn her ein schlüssel okay geil schlüssel für spenden spinnt schlüssel geflogen hier noch schön plündert er war jetzt mal zapfen mal zapfen mal was will ich denn damit was auch machen dann ein bisschen sport sport ich hatte den schmal 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 unten bleiben das sind keine vip's konstant 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 kannst aber schnell den durchblick verlieren proteinreiche kost ist so schön proteinreich brot rote bürger 66 für disco johnny hier ist das denn hier für massage bankern aus tanzkarten johnny das ist schon ich hab dann noch so eine komische tür geöffnet backstage kann alles verkauft gegen green gute kraut ist doch efeu was machen mit seiner punk matte das ist ja scheiße aus für eine frise hafte klingenarm abgeschnitten hatte ich irgendwo mal so ein wasser kann ist ich glaube ja was ist das denn für ein widerlicher mit schärfe auch eine sicherung geil platzieren habe ich sogar auf sprengfalle ich habe ausgelöst das denn ich muss die schrothflinte wo gehen die hin da unten aua so manipuliert ich bin ich da und tatsächlich warum das denn bin ich da und tatsächlich bin ich da und da liegt das ding geil kam raus pistole schlosser hammer also ich bin ich dafür nicht gestorben zum chern und hier das hier in eure bestellung bitte ja okay weg der nächste der harry mit hut der nächste schützern ich glaubte mich für uns arbeiten geflogen dann erst mal umdrehen ja picknick also war was was auch ne was ist das denn selbstmörder das ist so richtig durchgeflogen alles wir sind gut wieder diese vierlichen so widerlich morgen ein dick mit bitte er giert nach mehr was reagiert wie gesagt ich gehe doch noch gar nicht mit fatter kotz warum kotz der denn einfach so dahin gute zeug bei der fetzer kommt die sich an die tür kotz von so manchen festival besucher bekommen kriegen das bestimmt ja das auf jeden fall fettes stück das stück was gibt es denn hier smokers cash cash so